Hallo Leute und Willkommen zurück zu Let's Play Excalibur Basis Super, ähm, zurück zu Let's Play Pokémon Mystery Dungeon und... Nein, das hab ich schon getan Hm, jetzt machen wir wunderbar gefällt in der Donnerhallhöhle und heute geht's ans Eingemachte, würde ich mal so behaupten Äh, okay Ah! Guten Morgen, Wally, du bist aber froh auf den Beinen So Oh, du hast schon den Briefkasten nachgesehen Und? War etwas Interessantes in der Post? Neuer Rettungsjob für uns Äh, was? Der Briefkasten war leer? Hm, naja, war ja nicht anders zu erwarten Schließlich haben wir gerade erst angefangen mit dem Rettungsjob und ich glaube, es hat sie nicht so gut verbreitet, dass die Magnetilos vier Tage auf ihre Rettung warten mussten Aber egal, na gut, gehen wir doch mal zum Pokémon Platz Wir sollten bei der Plipper Post vorbeischauen, da müssten auch Rettungsjobs aushängen Der Pokémon Platz ist dort drüben, komm, wir gehen rüber Dies ist der Pokémon Platz Oh, Kegleon Das ist der Kegleon Laden Hier kannst du Items kaufen und verkaufen Oh, okay Das ist die Snobili-Kartbank Hier kannst du dein Geld einsetzen Du, die, du, die, du, das ist die Shakes and Fidget Da hat dich doch glatt vergessen, Shakes and Fidget aufzustellen Der Schlupuk Link Schlupuk kann deine Attacken kombinieren und zu Link-Attacken machen Wie? Was das heißt? Naja, Link-Attacken sind Attacken Den man gleichzeitig einsetzen kann Ach, fuck, ein bisschen Schlupuk Super Und den haben wir da Das ist das Kangama-Lager Hier kannst du Items lagern, sodass sie nicht verloren gehen Besitzt du wichtige Items? Sollten sie unbedingt bei Kangama lagern Bevor du deinen Dungeon in ein Land gelesen Ähm, wichtige Items ist wie was? Äh, und was meinst du? An diesem Ort finden wir doch manches, was uns weiterhilft Ach, ja, äh, dort hinten ist die Plipper-Post Man muss nur weiter in diese Richtung gehen Ich glaube, wir können uns Informationen zur Rettungsjob holen Also sollten wir zuerst zur Plipper-Post gehen Äh, ja, das entscheide ich immer mal Ja, so, hallo Hallöchen Äh, kaufen Ah, bitte, tja, seht euch nur genau um Ähm Zine-Beer hätte ich gerne noch ein paar Ja Greif zu, ja, super Ähm Jo, so, hallo Äh, ja Ich habe noch Trop-Elixier, nehme ich auch mal mit Super Vielen Dank So, okay Da-da-da-da-da-da-da Ähm Hallöchen und herzlich willkommen lagern Äh, du der Arme Ach, naja, ähm, nee Nee Äh, was ich gern Äh Das Top-Elixier will ich erst mal lagern Lässt mir, lieber mal belebersamen, die brauche ich immer mal wieder, nee Ähm Ich kann ja mal ein Peip belagern Die drei am besten Joch, alles Klärchen, äh, doch Okay, alles deponiert, du kannst du mal auf mich zählen, Schätzchen Warte, was weiblich Möchtest du noch etwas lagern? Nee, an sich nicht Das Ding macht uns an, oder? Immer so süßes wie Ich auch Ach, die Ninkos online Hallo, willkommen beim Schluck-O-Kling Kombinierer-Tacken für 150 Foke Gut, dann mal Olli Attacken Machen wir mal Tackle Äh Link mit Lehm-Schelle Link Zuschauer, es gibt keine Attacken, die sich kombinieren lassen Jiii Wann mal Ähm Nee Ja Machen wir aber später Ähm Na du Ey Oh Vor kurzem gab es einen schlimmen Weitbrand Ganz fürchterlich Zum Glück hatte Doch, lieber Gott, hoch Das Feuer schlüschen Aber wenn sie später gekommen wären Hätte es sich das Feuer ausgebreitet Oh, wenn Ach, ein konkurrierendes Rettungsteam Ähm Keine Ahnung Möse, mein letzter Zeit gab es sehr viele Naturkatastrophen aus Angst sind viele Poké-Won-Field und aggressiv geworden Äh, das Leben ist Tarts Und du? Äh, ja Die Philippa-Post Ja, dich Ich hab grad Äh, ja Direkt Ja, super Na du Äh, lagern Fangen wir mal mit dem Kontostand von 88 an Ach, super Und der Hartz-Firament ist das auch online Also der Kühler Also der Kühler Äh, cool So Heute habe ich jetzt leider auch grad nur wieder Zeit für ein Part Das heißt, morgen dürfte es eigentlich keine Videos geben Ah Scheiße, das wollte ich gar nicht Das Gebäude ist die Philippa-Post Nachmittags Gesucht, Sine wäre ja das Recht Info Donalhöhler und den Schoss, wie okay Info Los, ja Info Finde, wollte je bald Leinhask 3 Ach, da haben wir wundervollt Sondkern hilft mir, ich habe mich mit seinem Vorwürden nicht hier. Okay, das können wir mal schnell machen. Okay. Nee, Moment, ich wäre es mal schnell. Siehst du, sind also tatsächlich Rettungsjob, wenn du eine Rettungsmission durchführen willst, muss ein Witz sein. Ja, okay. Ausüben. Ausüben. Ausüben, ich glaube, zum Ausdruck schnappen, okay. Ach, okay, gut. Wähle ausüben. Du das blockier mal, bevor du losgehst. Ja, ähm. Geh doch mal schnell rein. Och, ich finde Pille war ja eh übel. Äh, toll. Ähm, okay. SOS-Briefe halten. Na, der ist jetzt auch noch online, der Typ. Deshalb sollten wir mal direkt nach der Schule ergehen, dann werden wir nicht mehr an. So, wie möchtest du denn SOS-Briefe als Freundes halten? Ach so, nee, okay, gut, nee. Dann, äh, lass mal. Schon okay. Danke, Briefe. Danke. Und du? Äh, nee, gerade nicht. Tut mir leid, aber ihr seid uninteressant. Nee, dann würde ich mal ganz schön das noch unter Geschoss 2 machen. Hm. Okay. Ähm. Wenn ich gleich schon mal da bin, dann gehe ich gleich nochmal auf. Okay, gut, okay. Ähm. Nom, nom, nom. Na gut, doch. Kann man bei Trinken eigentlich auch nom, nom, nom sagen? Ich weiß nicht. Ähm. Tü, 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 tü. Kann ich da schon mal? Oh, X-Caliber. Ähm. Ja. Klein-Hein. Muss ich hier nicht irgendwas wegen Ausüben noch machen? Ah Äh, war da nicht noch irgendwie Was mit Ausüben Irgendwie sowas in der Art Habe ich jetzt eigentlich schon Ja Ich gebe ihr ins Menü Ähm Anderes Missionsziele Mach einfach Super Ähm Ne Ähm Anderes Aufgeben Oh Gott Ich will aber keine Niederlage haben Äh, ich schaue einfach mal ob Ob, ähm Getöns hier ist Ganz schnell Na Ja, was wollt er machen Ja, die kann ich auch mal ganz schnell mit A hier mal fertig machen Und mit gleichzeitig ihr Geld holen Ne, ähm Da frage ich mich gerade, also Der hat doch irgendwas mit Ausüben gelabert Ich hätte den Text doch etwas Ich glaube, da muss ich noch mal auf Infos Ähm Ja War recht Sinnlos hier Denk ich mal Deshalb, ähm, ähm, würde ich sagen Machen wir mal ganz schnell den, äh, kleinen Hain Und, ähm, wir sehen uns Gleich wieder Bis gleich Ah Bis gleich So, das wär's gewesen Äh, waren wir heute nicht klasse? Ja, an sich, äh, machen wir heute Schluss und legen uns schlafen Also bis morgen dann, ähm Nein Okay Na, wach auf Komm, wach auf Ne, den Auftrag will ich nochmal ganz schnell machen Ja, guten Morgen, ja, also Ich krieg Post Yeah Oh yeah Schauen wir mal nach Post prüfen Willkommen im Retter-Team Äh, lesen Äh, du kannst Ja Lagern Kannst du finden Ach so, okay, gut Ähm, aber Eigentlich wollte ich ja nochmal Ich muss nochmal ganz schnell hinlatschen Ähm 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 Tja, ne Naja, hab ich grad ein bisschen Ausüben Hier haben wir es doch und ausüben Gut, ähm Dann machen wir es mal ganz schnell Dauert ja nicht lange Der Kleinheim ist ja nicht so groß Ähm Und danach, äh, war's das dann mit dem Part Oh yeah Ähm Kleinheim, richtig Machst du toll Also, Untergeschoss 2 und Untergeschoss 3 Jetzt dürfte eigentlich auch was bei Ziele sein Also, äh, anderes Und dann Missionsziele Rette Sonnenkern Rette Gedöns Wie auch immer das auch war Ich hab's vergessen Ähm Gut, okay Dann müssen wir mal schauen Äh, weiß ich grad nicht Wie das abläuft Stehen die dann einfach nur rum, oder wie? Du hast, ach so Oh Wisst du das? Ähm Wenn ich jetzt Pech hatte, war das das Sonnenkern, was ich brauchte Äh, aber ich denke ja nicht Würde ich mal so behaupten Kann man eigentlich auch rennen? Was ist denn das immer hier? Ja, da bin ich auf einmal Wann mach ich so, Sonnenkern retten? Vor wem denn? Ja, was will denn der jetzt? Moment Warten mal Hab ich jetzt verkackt, oder wie? Weil ich meine Ich soll ja Sonnenkern retten Und, äh Ja Ich muss nochmal ganz schnell vorspielen hier Ist du und kenne das tot? Ne Da ist er Spaten Aber was, äh Sagt mir das jetzt? Ich hab ein Zielleben erreicht Super Ja Sinebeere Weil wir noch ganz schnell wissen Wen soll ich retten? Moment Wen soll ich retten? Missionsziele? Voltoba Genau Den soll ich retten Deshalb töd ich den nicht Ach, die wollen Lois spielen Die Spaten Warn mal Ich soll den Typen retten So Heißt das, wenn ich jetzt hier rausgehe Habe ich die Aufträge nicht erledigt, oder? Wie soll ich diesen retten? Das frage ich mich gerade Ich speichere ihn nochmal Und, ähm Würde sagen Das war's für den Part Äh Ich werde mich dann nochmal schlau machen Wie genau das funktionieren soll Und, ähm Ja Würde ich dann sagen Jiii Ja Okay Das war's dann für den Part Äh Ja Bis zum nächsten Part Tschau Bis zum nächsten Mal sun